Hallo meine Freunde und willkommen zu euch zu Grounded an diesem wunderschönen Morgen. Es schaut sowas von geil aus, immer wenn die Sonne aufgehend über die Grashalme hier drüber geht. Absolut cool, aber dafür sind wir heute nicht hier, sondern wir suchen den Burger Chip beim Cold Blood. Die Erklärung zu dem Ding ist ein bisschen kryptisch, aber das ist eh normal. Aber dass Sticky in Red war ausschlaggebend, welcher Reptil da beobachtet, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Weil das habe ich noch nicht gefunden, aber gleich vorweg, das Zeil ist bei der Dose da hinten. Ich renne jetzt hin, wir schauen es uns noch an. Und das war es dann auch schon. Und bevor wir jetzt ewig wieder rundum quatschen, 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 ja, fliegen, fliegteil, habe ich noch, los geht's. Ich muss noch ein paar von den Grashalmen platt machen und vorbeigehen. Ne, muss ich nicht. Ne, fürs Perk gibt es einen Perk, da kommt noch ein Video dazu. Das Perk, äh, manche Perks kann man sich holen per Burger Chip und manche muss man sich erspielen. Was dann ungefähr so ausschaut wie zum Beispiel Grashalme prügeln. Na, geht's weg da. Jetzt ist die Packung, da muss ich, da muss ich her. So, ihr seht ja schon, die Dose ist eh nicht zu übersehen, trotzdem mal hier, das ist auf der Map, der Kreis hier. Da müsst ihr her. Und da ist schon das rote Sticky Zeug. Und hier ist der St. Burger Chip. Meiner. Wenn man weiß, wo es ist, ist es ja gar nicht mal so schwer. Aber das ist ja gerade das Problem an der Sache. So, gut. Dann danke, Leute. Danke fürs Zuschauen. Das ist sauber, was euch gefallen hat. Supportet mich, hau's was rein, like, comment, alles was geht. Rein damit. Oh, da gibt's auch einen Perk. Steine klopfen. Da muss man einige Steine zerstöpfen. Egal. Okay. Dann danke. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wie gesagt, Abo, Like, Comment. Nicht vergessen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schalt's wieder ein. Habt's einen schönen Tag. Macht's gut. Bleibt's gesund vor allem. Und tschau.